Servus Freunde, noch ein bisschen unterwegs. Da haben wir hier ein Teil gefunden. Was heißt gefunden? Erkannt nicht eigentlich. Da haben wir vor Jahren mal einen Himmelkollege erzählt, dass es sich um so genannte Bienenburg handelt. Ob das jetzt wirklich stimmt, kann ich nicht sagen. Ich komme leider nicht rein, die Tür ist zu. Ich zeige euch aber jetzt mal. Vielleicht hat ihr da eine oder andere eine Idee dazu oder weiß besser, was das ist. Ich gebe hier ein paar Schritte zurück. Da könnte man reingucken oder hochgucken vielmehr. Also so sieht das aus. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Sonne im Weg. Ich gehe mal hier mal weiter. Wie gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung, ob es stimmt. Es könnte sein, es muss aber nicht sein, dass es hier irgendwie um Fluglöcher oder so handelt. Aber da scheinen mir ein paar Fide zu sein. Nur für Bienen. Das Ding ist relativ hoch. Das ist wirklich schwer zu sagen. Massives Gebäude. Unten drunter ist eine Art Keller, da kann man aber nichts sehen. Hier ist die Tür. Hier steht irgendwas drauf. Warnungen in diesem Gebäude sind tödliche. Dann kann man nicht mehr lesen. Irgendwie mit Lebensgefahr oder und so was steht mit drauf. Aber mehr sieht man halt eben auch nicht. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, lasst es gerne mal in die Kommentare rein. Ja, so rein von der Stelle her ist es gut. Darüber ist direkt Koblenz, Mülheim-Kerlich, großes Obstanbaugebiet. Also von daher wird es hier rein vom Standort her nicht verkehrt. Hier ist es relativ warm. Aber wie gesagt, ob es halt jetzt wirklich ist, wie gesagt, schreibt mal rein. Ich versuche auch mal noch ein bisschen zu recherchieren. Vielleicht finde ich im Internet noch was. Die Tür ist leider zu. Dann fahren wir mal weiter. So, ein paar Meter weiter. Haben wir noch mal angehalten. Hier ist ein Sauerbrunnen. Da haben wir auch schon mal Wasser geholt. Da war die aber noch nie dabei. Die Bienenburg, die ist da hinten. Vielleicht kann man sie durch die Bäume erkennen. Da, so ein ganz kleines bisschen. Hier sind Luftlinien, vielleicht 150 Meter. Sind aber jetzt einmal im Kreis gefahren, weil wir nicht mehr zurück konnten. Hier ist direkt die Hauptstraße Richtung Mülheim-Kerlich. Merken Sie es auch am Start. So, und hier geht es jetzt runter zum Sauerbrunnen. Vor ein paar Wochen waren wir mal hier gewesen. Da standen tatsächlich Leute hier mit Wasserkisten und haben die hier literweise weggebracht hat mit Wasser. Man kann es aber auch echt gut trinken. Passt. Auch hier in Corona-Zeiten wieder beschränkt, erkennend es. So, dann haben wir das gerade zwei Flaschen voll und dann gucken wir mal weiter. Hast du es auch voll gekriegt? Ja. Ja, können wir eigentlich wieder nehmen. Da war nur eine Wunde da. Ja, ja, weil dann der letzte war auch nur eine an. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Müssen auch sparen. So, Freunde, eigentlich wollten wir noch eine kleine Runde drehen. Aber das Wetter hat uns natürlich durch die Rechnung gemacht. Also haben wir abgebrochen, sind jetzt wieder zu Hause. Noch ein bisschen Büro machen und dann was Fernsehen gucken. Heute auf Sonntag alles. Schluss. Meine, könntet ihr mal gucken. Ich drehe euch mal gerade rum. Keine Sekunde. Stellst du dich scharf? Will nicht. Warum auch immer es sich jetzt nicht scharf stellt. Egal, ihr könntet sehr wahrscheinlich erkennen. Ich drehe mal hier am manuellen Fokus. So. Gut am Regnen. Deswegen, Schluss für heute. Wir müssen dann sehen wir uns im nächsten Video. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abo da und so weiter und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch was. Schönen Sonntag noch. Auch vielleicht einen trockenen. Bis dann. Ja.